Gears of War 3 Gute Gears Videos, aber spielt auch Allen möglichen andere Sachen Und ja, diese Person hat Mich zu einem privaten Spiel eingeladen Und wer war zufällig noch mit dabei Man glaubt es wirklich kaum, er die Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide in eine Open Lobby Bei Yamimasch reinkommen, war Ich sag mal 1 zu 1 Million Dass wir beide im Lotto gewinnen Der macht vielleicht einmal Wenn es hochkommt im Monat, wenn er Lust hat Eine Open Lobby auch für seine Abonnenten Dass man mal die Möglichkeit hat mit ihm zu spielen Oder mit ihm zu reden und ich hatte gestern Halt erfahren, dass er Open Lobby aufmacht Dann hab ich noch zu ehrlich gesagt, wollen wir uns nicht mal bewerben Wir kommen hier nicht rein, komm wir schreiben hier In den Byte Me Please Hatten wir beide geschrieben und das sollte eigentlich so um Halb 12, 12 sein Aber wer weiß wann das in den UK ist Im Vergleich zu unserer Zeit Da war es wie man sieht Gerade bei uns kurz nach 1 und ich bin dann Auf einmal mit einer Einladung in die Lobby reingekommen Und ich sagte euch nur, ich war glücklich Wie ein Kind in einem Süßigkeitenland Eddie und ich sind in die Party Geschwungen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Wir wurden von The Mesh eingeladen Also das ist jetzt nur so, falls ihr das mal so verstehen wolltet Im Vergleich so gleich zu euch Das ist so, als ob euch Gronkh einladen würde Und sagt, hey habt ihr nicht mal Bock mit mir eine Runde Minecraft zu spielen Ich war aus dem Häuschen, ey Das war wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und mein eigener Tod Auf einmal So, wirklich auf einmal Das ist wirklich mit meinem absoluter Gears-Favorit-Lieblich-Spieler Jedes Video, was da postet, ziehe ich mir rein Ich kann mich an wie ein dreckiger kleiner Fanboy gerade Aber das muss raus Und ihr seht meine Nubigkeit, weil ich so aufgeregt gestern habe Weil, dass ich nicht gemerkt habe, dass wir Nest und dann gleich Execution spielen Das war schon mal was Und als ich dann wirklich das Ein Uhr rum, habe ich mit jemandem gespielt Und auf einmal kam die Scheiß-Einleitung von Yummy Mush Und ich dachte, scheiße Scheiße, der lädt mich ja wirklich ein Oh mein Gott, oh mein Gott, schnell hin Ich gehe einen Rechner an, Aufnahme Und ich so, was muss ich doch aufnehmen Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Hab ich nur gesagt Und dann sehe ich, wer ist in der Scheiß-Lobby-Dinne Der Eddy-Nator Eddy hat es auch geschafft Er lädt mich gleich zur Party ein Wir beide aus dem Häuschen Ey, wir haben es geschafft Und das beide gleichzeitig Das beide gleichzeitig Und da hat schön Eddy geheldet Während ich schön vor und vor gesprayt habe Und das ist wirklich so Als ob mich Gronk zu einem Minecraft-Spieler Und sagt, hast du nicht mal Bock bei mir Minecraft mitzuschtern Also ich war echt gestern happy, 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 happy Weil unter Tränen nur Nein Eddy hat es zermürbt Eddy hat es zermürbt Auf jeden Fall, das ist so wirklich Eine 1 zu 1 Millionen Chance wirklich Bei dem mal in Open Lobby reinzukommen Weil die Dinge werden auch immer bei ihm Guste gepostet Dann postet er ein Video 30 Sekunden lang Und so, ja, das ist der Open Lobby, ne Wer mitmachen will, kann mitmachen Aber der erste ist halt der, der gewinnt, ne Und keine Ahnung wie viele Open Lobbys quasi nach unserer Lobby kamen Weil wir haben ein Spiel gespielt Und dann sind wir quasi alle gekickt worden aus dem Spiel Und dann auch gesagt, tschüss, tschüss Schön, dass du mitgespielt hast Muss man ja auch irgendwo nachvollziehen Weil es so viele Abonnenten wieder hat Und keine Ahnung zuschauen Und die mit ihm spielen wollen Dass er halt dann nur eine Runde mit jedem mal spielen kann Aber das war voll ausreichend für mich Also das war glaube ich mein Mein bester Tag in Gear Software 3 Muss ich so sagen Nicht mal der Release hat mich so happy gemacht Wie diese Game Invasion Also ich, ich war, ich war Ich war, ich war vorm Hocker Ich war vorm Hocker Vor allen Dingen, Eddie und ich wussten gar nicht, was wir machen sollen Eddie und ich waren am Reden in der Party Die anderen waren im Spielechat Weil wir zum Teil Englisch und andere Sprachen gesprochen haben Das war ein tierisches Durcheinander Und, ähm Ja, Eddie und ich wussten gar nicht so recht, was wir machen sollen Und die ganze Zeit waren wir Ja, lass mal lieber da hingehen Und wir pushen so rum Und wir waren, wir waren, wir waren einfach nur glücklich da zu sein Wir hätten aber auch, glaube ich, tierisch einer Fresse kriegen können Das wäre auch, glaube ich, nicht so schlimm gewesen Oh, da kommt ein Digga, habe ich gerade gehört Und da seht ihr schon, ich Spawn schnall wie Hulle Ich weiß nur, dass Eddie noch am Ende geschrien hat Der Mashes House, der pusht mich Der frisst alles auf Oh, ich habe I, Bradman wieder erwischt I, Bradman I, Bradman ist so weit bekannt, dass er von Yummy Marshmall vorgestellt wurde In einem Sünder-Videos Daher kenne ich ihn Dass er auch Gears spielt Und der übelste Klatschtarschen-Typ ist Immer Klatschtarsch for the win kommt bei dem 11 gegen 1, 7 gegen 1, 5 gegen 1 Da habe ich schon Videos gesehen Buh Buh, so hätte ich dann gesagt, wenn ich da verloren hätte Aber so weit, so 2 zu 0 Ich bin nicht der Execution-Spieler, The Mesh 0 zu 3, was geht You can't destroy The Mesh, sagt er doch immer Wir haben es gerade glänzend widerlegt Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll Ich bin einfach nur mega happy, dass sowas mal geklappt hat So, ich habe da drauf gebeten, drauf gehofft Ich hätte sogar, glaube ich, Microsoft Points dafür bezahlt, dass ich da hinkommen wäre Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt gehen wir hier rum und gucken, dass wir hier vorwärts kommen Da rieche ich schon hier Das Dumme bei Execution ist halt, man hat nur ein Leben Wenn du tot bist, wirst du tot in der Runde Das will man eigentlich nicht so gut riskieren Komm, den kriege ich Den kriege ich Außer jemand schreit Hey, was? Hier wird gepuncht, warum? Hey, wir sind in der Open Lobby von The Mesh Da wird doch nicht gepuncht Wenn es schon glänzend wird, wird es doch nicht gepuncht Oh, ich war sogar unlucky bastard Round 1 Äh, round 4 Nein, ich bin hier schon so verwildend aus dem Häuschen, dass ich immer auf Mesh seinen Namen achten muss Okay, wir haben jetzt 4 zu 0 gewonnen Ich weiß, danach haben wir zweimal einen richtig auf die Löffel gekriegt Aber ich war eh sowieso 90% gar nicht anwesend in dem Spiel Ich war einfach nur, oh mein Gott, oh mein Gott Das war fucking awesome, ey Und ich, ich weiß nicht, ob ich so ein Video noch mehr hinkriege Aber ich hatte mich schon zwei, drei Mal davor beworben Gehabt, als ich das Video quasi gesehen hatte Und das war dann schon zu spät Aber diesmal hatte mich Facebook gerettet In dem Sinne, dass ich, oh, get fucking owned Dass ich auf Facebook gesehen habe Ja, there is a big possibility for Saturday night To get an open lobby with me Und quasi, ich hing dann schon seit Freitag rum Und wusste, dass es kommt Und war quasi dementsprechend schon vorbei Und dann habe ich noch, ey, Bescheid gesagt Ich habe gesagt, wir müssen es mal probieren Komm, du magst den Mesh-Haus, ey, guck den Mesh immer gerne Get fucking raped Gibt es einen Spruch, der von Mesh kommt Kommt von zu vielen Mesh-Videos gucken Also ich kann nur mal empfehlen, wenn ihr ein bisschen Englisch auffassungsgabe Englisch versteht Und euch schon mehrere Englisch-Videos anguckt Guckt euch Yamimasch seine Videos mal an Die sind echt hilarious am besten Am besten finde ich immer so die ganzen Nightmare-Haus oder Horror-Haus, was er da spielt Er ist echt zum Wegbrüllen, ey Wenn er noch mit Facecam sich selbst aufnimmt Das ist hilarious Oh mein Gott, das war ja echt knapp für ihn Ich dachte, ich kriege da jetzt voll die Schnauze Get owned Ich werde, glaube ich, mal den Kanal so Vielleicht mal Linky-Linky machen Bradmate hat es geschafft zu gewinnen Und dem einfach da aber noch Und der Mesh 0 zu 5 Da hat der Eddie und ich gefragt, was ist mit ihm passiert Ist ja gar nicht da Spielt jemand anderes wie ihn Aber man hat ihn ja in der Vorbereitungslobby gehört Von daher wusste man, dass es ja wenigstens der Mesh ist Aber ich glaube, das war so das erste Spiel Und wenn man so um 12 Uhr nachts anfängt zu spielen Ist nicht so der Tag, als wenn man gegen Eddie und mich spielt Oh, scheiße Und wisst ihr, wer das war? Das war der Mesh Und dann kam Bradmate mit einer Granate Die beiden haben sich doch gegenseitig bestimmt angeschrien Da ist er! Schnapp dir Brosti! Der holt sich den fucking Boomshot Ich wurde vom Mesh gelanzert Das war mir eine Ese Da unten ist er Oh, Eddie Eddie, get fucking raped Get fucking raped, Eddie Wie wird das? Blindfire for the win Und der Mesh Der Mesh am Drücken Ich werde versuchen, auf jeden Fall Wenn das nächste Mal wieder Open Lobby ist, wieder reinzukommen Das wird auf jeden Fall wieder mein Oh, hat der Bradman gekriegt, sehr nice Oh, der King-Ghost-Nasher Kommt man nicht an Aber trotzdem bis jetzt Das Spiel war von meiner Seite außer Hat über Laune gemacht Ich war Happy, happy, happy as hell Wenn man die letzte Wunde sieht, steht nicht Das ist für dich, Anthony Gab es überhaupt einen Anthony? Nicht, dass ich es gesehen hätte, oder? Wie ihr seht, sieht aus wie ein Gold Wie ein normaler Karl, mein Ich weiß noch, ich habe zu Eddie geschrien Lass noch mal runter zum Hammer und den organisieren Aber diesmal nicht von der Granate Oh, lass ihn bei meinem Plan Aber wir beide haben eigentlich nur so mit uns gespielt Eddie und ich zusammen Gegen fünf andere Spieler Die anderen waren einfach nur da, so Wir hätten zwar mit ihm kommunizieren können Aber was hätten wir davon gehabt? Wir hätten uns, glaube ich, nicht wirklich Oh, das war doch nochmal Dieser fucking Rape Oh mein Gott, da dachte ich mir, glaube ich Mesh, Brockenkill, ich springe ihm mal in den Digga rein Das war der größte fucking Fail ever Das ist meine Frage auch zu Eddie Ist noch mal, ob der wohl das Video hochlädt Weil ich habe schon Open Lobby Gameplays von ihm gesehen Aber die Frage ist ja, ob er so ein Ob eine Größe wie er ein Video hochlädt Wo sein Team dermaßen gerapt wird Das ist ja kein cooles Gameplay gewesen Sag mal, meins ist es jetzt ja auch nicht eigentlich so Dass ich es hochladen würde Ist jetzt nicht äußerst spannend Weil der Execution ist eh meistens herumgerannt Aber boah, mit dem Mesh zu spielen war für mich der Hit I played with Yummy Marsh Gib ihm, Eddie, gib ihm Und jetzt wirst du gerapt Jetzt wird Eddie gerapt Er konnte aber auch nichts machen Eingequetscht, besser gesagt, gesandwiched Geklatscht Last round, soweit ich weiß Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde Eddie, ich habe nur noch gesagt Ich glaube, wir müssen mal gewinnen Das brauchten wir, das brauchten wir wirklich Wir brauchten so ein innerliches Wir waren zwar glücklich, aber mit einem Sieg ist man halt immer so Ich habe es geschafft Am besten war letzte Runde Im letzten Game wirklich Eddie läuft zum Gegner spawnen und schreit Der steht, afgm spawnen Und ich so, ja was hast du vor Na, na, ich lasse ihn stehen Ich lasse ihn stehen Ey, so viel Ehre habe ich Aber so viel, so viel Nachsicht habe ich noch nie von Eddie gehört So Ich lasse einen AFK-Spieler stehen Ich mache ihn nicht kalt Und dann hat er ihn nicht kalt gemacht Und dann zwei Sekunden wieder bewegt er sich Und wurde Gnasher-Fight machen Das sehen wir auch noch Das war wirklich sehr lustig Ich habe Eddie noch nie gehört und gesagt Boah, auf Karkil, dem Trink nicht Oh, mal gut, das war an der Mesh So Idole tötet man nicht so gern Vor allem, wenn es dreist wäre Ich glaube, das hätte ich auch nicht getan Dann wäre es das letzte Mal gewesen Jetzt in dem Moment hat er es gerufen Jetzt sieht er Mesh Jetzt Gnasher-Duell zwischen Eddie und Yami-Marsh Aber ich mich nicht eingewischt Aber er get fucking raped Aber Aber an mir kommt der Mesh da nicht mehr vorbei Can't destroy the Mesh Oh my fucking god Last kill in the last round Und da seht ihr auch schon Lobby wird gerade dicht gemacht Oder wurde da gerade dicht gemacht Eddie und ich so Ja, lass mal gerade noch schnell Lass mal gerade noch Spiele-Chat gehen Und Ham-Ham sagen, ne So wie sich das als ordentlicher deutscher Bürger gehört Sagt man ja auch, wenn ein Sein Lieblings-Youtuber oder Ja, an und für sich der Lieblings-Spieler Den man so hat auf dem ganzen Global Planet Dass der einmal so ein Private-Match einleitet In der Open Lobby Sagt man natürlich Dankeschön Sini noch mal für alles mitgespielt hat Aber es ging schneller weg Als ich gucken konnte Und wir uns eigentlich bedanken konnten Da habe ich mir gedacht Schreibst du, ich habe mir noch eine so eine Leute-Fanboy-Nachricht Und ja, eigentlich war es mir so Noch einmal so ein großes Dankeschön An Yami-Mash Sodass wir Bisschen gesagt Wir, Eddie und ich Gleichzeitig dabei sein konnten Und wir noch in einem Team sogar Man, ich weiß nicht was passiert wäre Wenn Eddie im Gegner-Team gewesen wäre Und ich im Yami-Team Oder andersrum Ich glaube das wäre Katastrophal geendet Und soweit muss ich noch kurz sagen Eigentlich großes Dankeschön Dass man dabei sein konnte Es war für mich ein Riesenerlebnis Bis hin zum nächsten Mal Wenn ich irgendwann überhaupt noch mal dabei sein werde Ich hatte mich ja schon ein, zweimal beworben Aber das war jetzt das Erlebnis In Gears of War wirklich Für mich und Eddie Ich glaube da werden wir erstmal Die nächsten Wochen noch gut vom Bedient sein Weil dieses Spiel hat so viel Scheißerfahrungen gebracht Und jetzt Einmal wie ein doppelter Lotto gewinne Ich sage es euch Einmal wie ein doppelter Lotto gewinne Was für mich und Eddie gestern haben Dass ich ihn da drinnen getroffen habe Ich habe mir den Arsch abgefreut Dass ich alleine mit Yami spielen darf Und dann noch mit Eddie Unglaublich, unglaublich Eigentlich wollte ich die Rage-Tage noch heute rausbringen Aber das wird wohl nichts mehr Weil ich habe jetzt das fertig gemacht Und dann komme ich zu Rage-Tage Und weiß nicht wann das fertig wird Und dann sage ich Mittwoch, Mittwoch kommt es raus Schreibt es euch auf Mittwoch kommt Rage-Tage Nummer 2 Und ja ich würde sagen Ich konnte ein bisschen unterhalten Ich konnte ein bisschen lustig sein Ich konnte ein bisschen wie so ein Fan bei Ich bin da, ich bin da, ich bin da Okay Ich würde sagen wir hören uns dann im nächsten Video Und macht euch noch einen schönen Sonntag Bye